Hallo und willkommen zu Teil 3 von King's Quest 2. Oder zu King's Quest 2 Keil 3. Okay, so, also, was war nochmal unsere Ausgabe? Ah, unsere Aufgabe war, wir müssen hoch hinaus. Also, wir müssen unsere Ziele sehr hoch stecken. Ja, oder wir sollten unseren Blick nach oben wenden. Oder wie wir das auch sagen möchten. Ja, so, also, dann geht's mal weiter. Über die Brücke. Über die Brücke. Yes, yes, genau, über die Brücke. Jetzt knarzt es ein bisschen. Und jetzt gehen wir mal weiter. So, dann durchforsten wir doch noch ein bisschen hier die Gegend. Und finden vielleicht eine Lösung für unser kleines Problem. Denn das ist gar nicht so toll. Ich meine, unser Ziel hoch hinaus. Tja. Ach, egal. Schauen wir uns einfach nochmal ein bisschen hier die schöne Gegend an. Hier, ach, guck mal da. Nochmal jedes kleine Häuschen. Und schönes Häuschen übrigens. Ach, ich würde auch gern drin wohnen. Also, der hat bestimmt mehrere Stockwerke, wenn es da nach oben geht. Oder auch nicht. Ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es bestimmt ein schönes Haus. Und weiter geht's. Aha. Hier mit dem umgefallenen... Ähm... Was ist denn das? Ein Stummel? Ne. Hm. Hm. Was ist es? Tja. Ich hab keine Ahnung. Log vielleicht? Äh. Ja, es geht auch nur wieder um den grünen Rasen. Ach so. Was ich übrigens nochmal erwähnen wollte. Haha. Es gibt nämlich ein kleines Easter Egg. Heute ist eine Folge der Easter Eggs. Äh. Es gehört nämlich gleich noch eins. Und zwar, es gibt, ähm, man kann hier nach seinem, ähm, Nachnamen fragen. Sir Graham geht man ja eigentlich davon aus, dass das sein Nachname ist. Aber das scheint, ähm, sein Vorname zu sein. Und, ähm, ja. Ähm, schauen wir doch mal, was der Nachname ist. Also, what is Graham... Grahams, versteht er irgendwie nicht. Grahams Last Name. Cracker. Okay, jetzt können wir davon ausgehen, dass er uns beleidigen wollte. Oder, dass sein Nachname Cracker ist. Ich hab das ganz bewusst gesagt, da, äh, auf diesen, ich sag mal, äh, Scherz des Öfteren noch in der Serie eingegangen wird. Und dann irgendwie keiner weiß, wo er eigentlich herkommt. Deshalb zeig ich ihm hier. Ähm, wichtig ist eigentlich auch nur, äh, äh, ich glaub, wenn man, dass man Graham und Name eingibt, glaube ich. Äh, Graham Name. Not right now. Oder ich glaub, what Name, glaube ich. Nee. Es gibt, es geht nur um zwei Wörter, die eigentlich, die man in egal welcher Konstellation zusammensetzen kann, die dann das herausbringen. Aber, ähm, äh, auf jeden Fall hab ich das jetzt mal gezeigt. Und ich hoffe, dass jetzt hier ich auch mal gleich was zeigen kann. Denn hier passiert nämlich auch so was ganz, ganz Lustiges. Hier wohnt die Hexe, wie heißt die nochmal? Agatha? Nein. Ach, verdammt, jetzt hab ich den Namen der Hexe vergessen. Egal, wir schauen jetzt einfach mal an, denn die Hexe hat ein ziemlich cooles Auto. Aber das müssen wir jetzt erstmal rausfinden, indem wir ein paar Mal aus dem Bild heraus und hereingehen. Es könnte sich nur wieder um Stunden handeln. Wir wissen das ja vom letzten Teil noch. Ähm, dass so Sachen dann einfach mal ein bisschen dauern können. Deshalb werd ich das dann einfach schneiden. Das heißt also, wir sehen uns in einer Sekunde. Haha! Da präsentiert sie uns ihr Auto. Hihi. Klasse. Klasse. So. Hihi. Ja, ähm, sie hat doch ein kleines Batmobil geparkt. Ähm, vielleicht sehen wir es jetzt gleich, wenn wir reinkommen. So, also dann schauen wir uns doch mal die Höhle an, nachdem wir ihr kleines Auto gesehen haben. Okay, schauen wir uns doch mal hier die Dekoration an. Die einladende Dekoration. Ah, Agatha. Ah, die alte Hexe. Menschliche Schädel sind aufgespießt. Vor der Höhle. Sie wohnt hier, die alte Schnodderhexe. Vielleicht können wir uns den Kopf nochmal angucken. Vielleicht gehört da hier irgendjemanden. Ähm. Okay. Oh. Also die liebe Hexe Agatha isst sehr, sehr gerne menschliches Fleisch und die Köpfe scheinen wohl von ein paar unglücklichen Wanderern zu sein, die hier mit der lieben Hexe Bekanntschaft gemacht haben. So, huch, meine Füße, meine Füße, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gehen wir mal in die Höhle und gucken, ob die Hexe Agatha vielleicht da ist. Oh, da ist sie. Schnell wieder raus. Jetzt müssen wir das alte Prinzip wie beim Hexenhäuschen machen. rein, raus, rein, nein, nicht in die Hexe, in die Höhle. Rein, raus, rein, raus. Und, oh, sag mal, Agatha, jetzt hopp weg mit dir. Oh, die kocht aber lange heute. Es scheint ein formidables Mahl zu werden. Sag mal, Hexe, jetzt aber raus mit dir. Komm. Och, sag mal. Nein, schnell wieder weg. Ach, die Röde ist aber auch schön gemacht, ne? Also es ist, ich mag ja wirklich die, also ich sag, ich wiederhole mich, ich weiß, aber ich mag das gerne. Ich mag das wirklich gerne, wie das hier aussieht. So, jetzt, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Einfluss darauf hat, aber wir haben anscheinend so ein großes Pech. Warten wir mal zwei Sekunden, bis die Lieberhack-Atha weg ist. Oh, okay, also muss ich es wieder schneiden. Bis gleich. So, ich habe eben gerade mal geschaut und probiert und anscheinend gibt es noch eine andere Lösung. Schade, dass ich dabei nicht gesprochen habe. Hätte ich vielleicht eigentlich machen sollen. Also, und zwar, ich kannte bisher nur die Möglichkeit, dass die Hexe verschwunden ist, aber die scheint so sehr ins Kochen vertieft zu sein, dass sie uns überhaupt nicht entdeckt. Ich bin hier eben gerade, ich habe mich sogar an den Top gestellt. Hier so, hallo Hexe, guck, guck, die ist anscheinend total vertieft oder blind oder sie hat eine Sonnenbrille auf oder sie hat sich die Augen zugeklebt mit Patex. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns doch mal die Hexe an. So, das ist die hässlichste alte Frau, die du jemals gesehen hast. Sie ist zahnlos mit Warzen überall über dem Gesicht und mit grauem Haar. Na, okay, Kraushal ist jetzt nicht so schlimm. Sie rührt ihr Gebräu mit einem kleinen Stock, den sie mit ihren klauenartigen Händen zu halten scheint. So, dann hier ist ein Holz. Da ist nix. Okay, und hier hinten, was ist das? Das scheint doch eine Art Käfig zu sein. Okay, was ich natürlich weiß, ist, dass Vögel zwitschern, wenn man sie irgendwie bewegt. Das ist so eine ganz alte Regelung, die die wenigsten Menschen kennen. Und deshalb haben wir doch ein Kleidungsstück. Und wir wissen ja, dass Vögel sofort einschlafen. So schnapp schlafen die ein, wenn man ein Kleidungsstück über sie drüber legt, also über den Käfig drüber legt. Also das tun die wirklich. Da machen wir das doch mal ganz kurz. Drop Clothes on Cage. Zack. Und als wir das Kleidungsstück über den Käfig stülpen, schläft der Vogel ein. So, dann unternehmen wir mal den Käfig. So, als wir den Käfig hochnehmen, gibt der Vogel kein Geräusch von sich und wir können einfach aus der Höhle rausfahren. Das war mir wirklich bisher unbekannt. Ich habe das bisher beim Spielen nur so gehabt, dass sie irgendwann nicht mehr in der Höhle drin ist. Also so wie die Hexe in dem Hexenhäuschen im ersten Teil. Ähm, dass die jetzt wirklich dann, ähm, ja. Ah, jetzt fängt er natürlich an zu singen. Verdammt. Ah. Wir haben es, oh, haben es geschafft, haben es geschafft. Ei, 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 wir haben es geschafft. Oh, ho, 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 die liebe Hexe hat uns fast noch bekommen, der blöde Vogel da. Also wirklich. Tiss. Ah. Blödes Viech. Naja, okay, hoffentlich bringt das nicht öfter noch ein Problem. Ah, verdammt. Das war das nächste Problem. Direkt ins Wasser rein. Auf eine kleine Insel. So, das ist jetzt unsere Insel. Hier liegt. Wenn man sich mal, stellt euch das jetzt mal vor. Hier gerade in dem schönen Sommer oder Winter, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und man könnte sich jetzt hier gemütlich hinlegen. Mit irgendwie einem schönen, kalten Getränk auf diese kleine Insel. Vielleicht noch die Gitarre dabei. Toll. Schauen wir uns doch mal das kleine Inselchen hier an. Lockstone. Nein, versteht er natürlich nicht. Äh, schauen wir uns doch mal kurz den Baum an. Hm. Ah, okay. Ja, also überall Bäume sind und bla und dies und wir gehen verloren und so weiter und so fort. So, dann schwimmen wir mal runter. Aber das ist wirklich eine schöne Insel, oder? Also hier. Das ist doch. Ach, das ist schön. Also stelle ich mir jetzt echt schön vor, sich da hinzusetzen. Ein gutes Buch vielleicht. Oder ein Handy, ein geiles Spiel, je nachdem. Äh. Oder einen kompletten Power-Rechner auf. Das sieht mir schon wieder so nach einem Gebiet aus. Halt, habe ich gespeichert. Nein, jetzt will ich nicht speichern, weil ich mich jetzt erwischt werde von irgendwas Bösem. Dann, ähm. Huh. Was ist denn hier los? Okay, das sieht sehr gesund aus. Ich speichere trotzdem erstmal gerade. Ähm, hier. So, LP. Was war das gerade? Sechs, glaube ich. Okay, dann schauen wir uns doch mal hier. Okay, was ist denn hier los? Oh, okay. Also, ähm. Der See ist anscheinend verfault und stinkt bis zum Himmel. Und die ganze Vegetation um ihn herum ist halt absolut hier alles kaputt. Das ist aber sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Look tree. Okay, alle tot. Die Bäume. Na, super. Okay, dann wandern wir mal weiter. Was erwartet hier uns? Oh, ein Baumsturm. Ein neuer Schatz. Ja, ha, ha, ha. So. Ähm. Look stump. Bestimmt wieder irgendwas drin. Was? Was habe ich denn eingegeben? Oh. Nichts drin. Toll. Normalerweise sind immer Schätze drin. Verdammt nochmal. Das ist aber wirklich gemein. Zuerst denken wir, dass überall Schätze sind und jetzt sind keine Schätze mehr. Wirklich doof. So, dann wandern wir mal weiter. Was? Nein! Nein, 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 nein. Wow, das war knapp. Oh, oh, oh. Oh, oh, ich dachte schon, die blöde Hexe. Die blöde Hexe. Aber so einen Weg, jetzt gehen wir hier rüber. Oh, das ist wirklich immer wieder das Herz und die Hose. Das ist, das ist schrecklicher als bei jedem Horrorspiel im Moment. Wirklich. So, dumm, di dumm, di dumm, ba, 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 ba. Wo sind wir jetzt? Ach, hier wieder bei dem, ach, nee, bei dem anderen. Ach, hier bei dem See, okay. Dann laufen wir mal ein bisschen weiter durch die Gegend. Oh, ein Baum, der uns im Weg steht. Ach, nee. Also irgendwie ist das hier schön, finde ich, in dem Wald. Schönes Kolmjahr. Seltsamer Name für ein Land. Wobei das das ganze Land schon ist. Wohl eher eine etwas übergroße Insel. Haben wir den hier schon durchsucht? Gucken wir mal rein. Ja, 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 überall Biber und Biber sind auch ganz toll, oder was hat er gesagt? Nochmal. Okay. Wundert sich, ob die Biber hier gewesen sind. Schauen wir nochmal in den Baum vielleicht hinein. Ja, ja, ja. Gucken wir nochmal. Nee, okay. Hatten wir da nicht schon reingeguckt? Ach. Okay, dann laufen wir mal hier weiter. Wir gehen wieder nicht in das Haus rein. Das geht's doch gar nicht. Wieso gehe ich die ganze Zeit nicht in das Haus rein? Aber irgendwas hält mich davon ab. Etwas Magisches. Ich kann es nicht beschreiben. Etwas Magisches hält mich davon ab. Und wandern wir ein bisschen weiter durch die Gegend. Die kaputte Glocke. Ich gehe jetzt da rein. Ich gehe jetzt da rein und beschwere mich. Das ist jetzt... Also jetzt reicht es wirklich. Jetzt reicht es. Also jetzt ist... Jetzt habe ich die Nase wirklich gestrichen voll. Wenn wir mal durch ein Fenster reingucken. Was? Oh, ich habe schon wieder einen Schreck bekommen. Ich dachte schon wieder irgendwas kommt. Okay, wie bei jedem Fenster. Wir können zwar reingucken, aber wir erkennen keine Details. Scheiß. Ja! So. Die Fee. Wer weiß, was die von uns möchte. Vielleicht irgendwelche komischen Dinge. Ja? Ist das... Ach nee, das ist nur das Wasser, was im Schatten dunkler ist. Hier eine kleine Höhle. Look. Hole. Oh! Wieder etwas. Das gibt es doch gar nicht. Check. Oh, ich dachte... Kein Witz. Ich habe mich jetzt gerade schon wieder so erschrocken. Ich dachte, es ist schon wieder irgendwas. Sag mal, die stalkt mich hier, diese Fee. Ja, genau. Hm, sie sprinkel, sprinkel. Good King Graham. Ich helfe dir und gebe dir einen beschützenden Zauberspruch, der dich gegen bestimmte böse, dunkle Mächte beschützen wird. Wird aber nur für eine kurze Zeit halten. Danke, 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 liebe Fee. Das ist ganz, ganz lieb von dir. Es glitzert und es juckt in den Augen und in der Nase. So. Wir wollen doch hier unser Brooch nehmen. Get the Brooch. Und dann schwimmen wir auf die andere Seite. Swim. Da drüben ist noch was. Da drüben ist noch ein Schatz. Das ist die Schatzsuche von König Graham. Ähm, ach so. Look Stump. Hm, okay. Wo sind all die Biber hinten? Da, 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 da. Gefährlich, ey. Die Iwle, die Iwle-Biber-Armee. Oh. Ein Häuschen. Was ist das? Was ist das wohl für ein Häuschen? Wo bin ich eigentlich? Hallo? Ich vermute rechts irgendwo dahinter im Haus. Ah. Oh, ein Haus. Was mag sich wohl hier darin verbergen? Look Trees. Ja, okay. Ich dachte eher an diese kleinen hier, die hier vorne stehen. So, dann gucken wir mal. Was ist das denn hier? Da ist ein Schild im Fenster. Ein Schildchen. Look Sign. Auf dem Schild steht offen. Dann treten wir ein. Ja, erst mal klopfen. Das ist immer sehr, sehr höflich. Okay. Irgendjemand ist mit einem Papagei. Ich weiß es nicht. Das klang auf jeden Fall so. Open Door. Und? Oh, eine alte Dame sitzt in einem Antiquitätenladen und fragt und sagt, wie kann ich dir helfen? Mal gucken, ob wir hier das Schild, wenn wir das Schild von hier lesen, ob die daran gedacht haben. Ne, das wäre jetzt lustig gewesen. Also das hätte ich gemacht. So mal ganz nebenbei. Ich hätte jetzt auf die andere Seite geschrieben, closed. So ganz nebenbei. Da oben ist ein, ähm, Moose Head. Aha. Okay, versteht er nicht. Hm, der wird uns noch häufiger begegnen. Das wird so ein bisschen ein ikonischer Gegenstand in den späteren Sierra Spielen, den wir überall wiederfinden werden. Überall finden wir den Moose Head. Was ist das? Hm, Head? Hm, Moment, schauen wir uns nochmal um. Huch, oh Gott, das erschlägt mich gerade. Ein süßer kleiner Antiquitätenladen. Überall sind kleine Schnickschnack-Sachen, alte Möbel und aller möglichen Kram überall. Ähm, ein Glas, äh, ein Glas-Display, in dem viele Gegenstände versteckt sind. Und, und die alte Frau fragt uns immer noch, ob sie, wie und wie sie uns helfen kann. So, dann schauen wir doch mal hier. Ähm, was hier vielleicht verborgen ist. Sehen wir nichts. Dann reden wir doch mal mit, oh, was liegt denn hier? Eine Lampe. Was? Ich trage sie nicht. Ja, aber das ist doch völlig irrelevant, ob ich sie trage oder nicht. Hm, okay. Moment, ich will mal was ausprobieren. Aber erst mal speichern. Nein, nicht so, sondern P7. Moment, ich schreibe das jetzt nämlich groß, damit ich jetzt unterscheiden kann zwischen den alten Safe Games und denen. Ähm, Rub Lamp. You're not carrying it. Okay, 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 okay. Ich habe verstanden. Talk Lady. Ah, die alte Dame zeigt auf die alte Öllampe. Das ist dein neuer, der neueste Gegenstand in meinem Laden. Es könnte vielleicht sein, dass du daran interessiert bist. Ja, bin ich. Ähm, die kaufen wir dann natürlich. Das ist, wenn wir die einzige Möglichkeit haben, ähm, diese Lampe zu kaufen. Dann kaufen wir die, würde ich sagen. Bei Lamp. Okay, die Öllampe ist sehr, sehr teuer, sagt die alte Dame. Es wird dich zwei Schätze kosten. Oder es gibt eine Alternative. Die alte Hexe Haggata hat mein wunderschöner Nachtigall geklaut. Wenn du sie mir zurückbringst und sie mir gibst, werde ich dir die Öllampe für Umme geben. Für Umme? Was ist denn Umme? Was ist das denn für eine Ausdrucksart für eine alte Dame? Okay, aber wir haben natürlich schon die Nachtigall geholt und, ähm, werden sie ihr dann geben, würde ich sagen. Ähm, give birth to, das wissen wir jetzt. Wir müssen immer schreiben, ähm, an wen das Ganze geht. Lady. Du gibst den, ähm, den Vogelkäfig an die alte Dame. Oh, mein Schatz, sagt sie. Die, aufgeregt, ähm, in all ihrem Über-, in ihrer glücklichen Verfassung gibt sie dir die Öllampe. Äh, viel Glück. Bunk. Und schlägt ihr die Tür vor der Nase zu. Äh, sehr nett. Au. Meine Nase tut weh. So. Ähm, schauen wir nochmal das Schild an. Look, nein. Nein. Das. Okay, jetzt steht geschlossen drauf. Okay. Dann haben wir jetzt den... Käfig und die... Äh. Äh. Halt. Oh, ich hasse das, wenn das... Ähm... So, jetzt stecken wir uns hier hinter dem Baum. Hä, 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 hä. Weil wir wissen natürlich schon, was das für eine Lampe ist. Sie wusste das nicht wie. Wir wissen das natürlich. Im Land der Märchen kann das ja nur eins sein. Aha. Eine Öffnung auf der einen Seite und eine Halterung auf der anderen Seite, natürlich. Es ist innen drin leer und ein bisschen dreckig. Hm. Was das wohl bedeuten könnte. Machen wir das doch einfach mal sauber, oder? Hm. Äh. Rub Lamp. Was? Nein! Ah, okay. Ah, ich verstehe. Das war wegen dem... Hei, 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 hei. Hab ich mich erschrocken. Aber zum Glück bin ich stehen geblieben und hab den Zauber... Also die Fee, die den Spell auf mich drauf machen lassen. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Okay, gehen wir lieber vors Haus. Wahrscheinlich ist da weniger Gefahr. Ui, 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 ui. Aber das war jetzt wirklich, äh... Nein! Schon wieder dieser blöde Enchanter. Ich will ja rechts ums Haus rennen, oder was? Okay, sind wir jetzt sicher vor ihm? Gehen wir lieber an den Rand. Das möchte ich jetzt nicht, ähm... Nochmal, ähm... Okay, wir sind jetzt am Rand. Und jetzt können wir auch schnell fliehen, falls er gleich wiederkommt, der alte... Der alte Knauser-Pauser, so... Oh. Als du die dreckige, die, äh... Lampe reibst, hörst du... Ein Lau... Und dein Genie, ein Zaubergeist erscheint. Meister, ich lasse dir ein Geschenk hier. Einen magischen Teppich. Und der Genie verschwindet wieder. Oder so. Je nachdem, welche Version man lieber hat. Okay, also der Genie hat uns einen wunderschönen Teppich da gelassen. Ach nee, komm, jetzt hör doch mal auf, du alter Sack! Du nervst langsam. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch mal hier, also... Jetzt mal wirklich... Was ist das? Ist der sauer oder irgend sowas? Also... Jetzt lass uns doch mal in Ruhe! Das ist aber auch wirklich ein... Also... Okay, ich weiß, wir sind noch unter dem Schutz, aber ich will's einfach nicht riskieren. Okay. Use Carpet. Weil wir wissen ja, wenn es ein magischer... Wenn es ein Teppich ist, ist das wahrscheinlich einer, der uns weit nach oben bringt. Put Carpet on Ground. Okay. Ähm. Vielleicht einfach so. Hui! Es funktioniert! Ah! Und wir steigen in die Lüfte. Wir steigen in die Lüfte und fliegen über die Wolken. In die Wolken... In die Wolken rein. Hoffentlich war es keine Rauchwolke. Und landen. Ja. Und landen hier oben auf dem Berg. So, und ich würde auch sagen, das ist... Ich will jetzt... Ich könnte natürlich jetzt weitergehen. Nein! Ich gehe nicht weiter. Ich bleib stehen. Ähm. Das war's für diesen Teil. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, wie ein Flitzerbogen. Wie es denn jetzt, ähm, hier gleich, äh, um uns geschehen wird. Ob der Zauberer hier oben auftaucht und wir uns in den Abgrund stürzen müssen. Äh, wir werden es sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.